Der letzte MCU-Auftritt von Thor in Avengers Endgame war ja eher von Dosenbier und Videospielen als von einem stahlharten Körper gezeichnet. Wie neue Bilder zeigen, ist seitdem ziemlich viel Zeit vergangen, denn Chris Hemsworth ist für den kommenden Thor Love and Thunder durchtrainierter denn je. Auf dem Bild anlässlich des letzten Drehtages sieht man ihn in Tanktop und massiven Armen, während Taika Waititi als Kork in typischer Manier nebendran steht. Das Internet dreht angesichts des neuen Thor natürlich am Rad und bereits jetzt ist Hemsworth Teil vieler Memes. Wir sind auf jeden Fall gespannt, wie der 37-Jährige dann im fertigen Film aussieht. Das kommende MCU-Abenteuer erscheint dann am 5. Mai 2022 in den deutschen Kinos. Untertitelung des ZDF für funk, 2017